Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Erste ein Skibbidi-Toilet-Horror-Game macht. Und da sind wir jetzt. Skibbidi-Toilet! Überlebe die Nacht und eliminiere die Toiletten. Wow, das sieht gut aus. Man kann sogar springen. Es fängt auf einem Friedhof an. Also das ist schon sehr geil. Das ist eine Toilette. Nein. Kann ich nachladen? Wie kann ich nachladen? Oh Gott, es gibt wirklich... Okay. Okay, bomb. Oh nein, Leute, ich kann nicht mehr. Diese Skibbidi-Toiletten, ich will einfach nicht mehr. Skibbidi, 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 Skibbidi Gott Was war Skibbidi, oh ich hab keine Munition, Skibbidi, Skibbidi Muss aufladen Hier gibt's mehr Munition mit E Stirb Okay, hier geht's weiter Skibbidi, 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 Skibbidi Skibbidi Bin gestorben, nochmal Kann man nicht mit einem präzisen Headshot ihn eigentlich töten so? Sechs Toiletten übrig Nein Okay, die letzte Toilette Level complete Next Level Wieder eine Nacht überleben Ich bin gespannt, ob dieser Toilet-Boss mit diesen Maximal-Stats auch kommt Okay, die Köpfe sind ein bisschen kleiner Ist ein bisschen schwerer zu ziehen, glaube ich Keine Ahnung Munition Oh, ich hab stärkere Feuerkraft, glaube ich Oder? Keine Ahnung Oder ich kann bei Munition snacken Skibbidi Das Ding ist, ich mach ja schon perfekte Headshots, aber Oh Okay, es ist schwer geworden Aber jetzt kommen sie von allen Seiten, die Toiletten Das ist so lustig Drei Toiletten noch, komm Wir sind gut Wir sind gut im Game Zwei auf einmal Toiletten Kein Problem Eine Toilette noch Wo ist das Boss Klo Kommst du her Level complete Nächstes Level Okay Ich bin gespannt Ob es gruselig wird Schwieriger wird Bam Lass mal aufladen Dankeschön Oh, wie cool Es geht so tief sogar Okay, das ist nicht schlecht Skibbidi Oh, hier sind ganz viele Ich mag, dass sie das Keine Story hat Oder so Es ist einfach nur Toiletten Aber es ist cool gemacht Trotzdem Kann man nicht Bis zu einem geschenkten Gaul Schaut man nicht ins Maul Das ist ein scheiß Sprüche, Junge Es ist nicht gut, Leute Es ist wirklich nicht Was soll ich denn sagen Skibbidi, Skibbidi, Skibbidi Skibbidi Also, wenn dieses Video Aufrufe macht Obwohl das Spiel jetzt Naja ist Dann liegt es wirklich nur Skibbidi Toilet Dann kannst du wirklich Dann kannst du Wirklich auf YouTube Ich bin Ich bin in der Wand gefangen Ja Toll Super Ich bin gefangen Ich komme nicht raus Ich bin in der Wand gefangen Was erwartet man auch Weißt du, was erwartet man Kann ich nicht mehr raus Nee, ich bin gefangen Kann ich das Level Ich kann nicht mal Escape Ich kann nichts tun Ich bin tot Kann ich Selbstmord machen Zumindest auch nicht Toll Sehr schön Toll Okay, wir sind jetzt wieder hier unten War hier noch eine Toilette? Ja, hier war noch Hier Hier bin ich ja Glaube ich gestorben, oder? Oder halt nicht gestorben Aber hängen geblieben Noch eins Skibbidi 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 Scheint keine Emotion mehr Aufladen Aufladen Komm, die sind echt Aggressiv Die Toiletten Skibbidi Ba 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 Okay Nächstes Level Okay, wo sind die Toiletten? Hier bin ich gestorben E So Munition voll Wo seid ihr? Einer nach dem anderen Okay Hier bin ich Irgendwie hängen geblieben So Ich bin nicht Ich bin nicht der Einzige Der da hängen geblieben ist So Nächster Komm Sechs Toiletten noch Oh, die ist ein bisschen schneller Die Toilette Aufladen Nichts zwar auf einmal Einzelne Einen nach dem anderen Okay, komm Der nächste Schieß Okay Drei Toiletten noch Stirb Sind wir weiter? Hier geht es nicht weiter Doch Man kann sich sogar ducken Kann man sich ducken oder nicht? Ne, man kann sich nicht ducken Soll ich jetzt hier durch oder nicht? Ne, ducken geht nicht Glaube ich Ah, hier Nicht? Wo sind die letzten Toiletten? Zwei Toiletten fehlen Wo seid ihr? Skibbidis Skip, skip, skibbidi Skip, skip, skibbidi Skip, skip, skibbidi Skip, skip, skibbidi Okay, okay, okay Ich glaube, die sind stärker Ne, die sind genauso Leute, ich könnte ein bisschen Abwechslung reinbringen So ein bisschen zumindest Oh Wow Oh, ich kann sich eigentlich von neu machen Ich will, ich will, ich will, was passiert Ich will so eine Endboss Toilette zumindest Da bin ich glücklich Skibbidi, skibbidi Skip, skibbidi Skip, skibbidi Skip, skibbidi Okay, nächste Komm Das Ding ist Dieser dreckige Ohr Man wird einfach nicht weggehen Nie in meinem Leben Wir werden für den Rest Oh Andere Waffe Oder? War das eine andere Waffe? Hab ich das eine andere Waffe? Wow Der ist aber eskaliert gerade 15 Toiletten Komm Nächster Ich habe keine Munition mehr Hä? Aber ich habe doch irgendwas aufgehoben Habe ich jetzt eine andere Waffe oder nicht? Und wenn ja Wie wechsle ich die Waffe? Oh Oh, jetzt geht es richtig ab Okay Jetzt haben wir echt ein Problem Jetzt haben wir richtig Party Richtige Party haben wir jetzt Stirb Skibbidi, skibbidi, skibbidi Jetzt haben wir ein Problem Skibbidi, skibbidi Skibbidi, skibbidi Zwölf Toiletten noch Okay Da oben wahrscheinlich Wir brauchen Munition Nein Nein, ein Schild Skirrt, 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 skirrt Ah Nein Okay, wir brauchen Munition Sonst geht gar nichts mehr Skibbidi, skibbidi Skibbidi, skibbidi Können die hier hoch? Oh, die können hier hoch Skibbidi, skibbidi Skibbidi, skibbidi Leute, dieses Spiel macht meinen Kopf kaputt Ah, ich brauche Munition Aber ohne Emotion kann ich weiterspielen Ich kann nichts machen Ich brauche Munition Ich kann das Lied nicht mehr hören, Leute Ich kann nicht mehr Das Spiel macht wirklich Es macht mich kaputt Ich kann es nicht hören Ich kann es nicht hören Oh, ich kann Ich wirklich Ich kriege Probleme Wirklich, ich kann nicht mehr Ich gehe kaputt Ich meine, ich bin schon kaputt Aber ich gehe noch mehr kaputt Was ich meine? So richtig kaputt So von innen und von außen Nein, noch mehr Toiletten Brr, skibbidi Brr, brr Ich habe keine Munition mehr Brr, brr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Wie viele Toiletten hier noch sind Skibbidi, skibbidi, skibbidi Kann ich nicht irgendwie die Waffe wechseln? Es muss irgendwie gehen oder nicht? Weil ich glaube, ich hatte die Möglichkeit Eine andere Waffe zu nehmen Aber ich weiß nicht wie Ich weiß nicht wie Er wechselt nicht Er wechselt nicht Er wechselt die Waffe nicht Das war's, Freunde Das war's Wir werden jetzt sterben Ich habe keine Munition mehr Ich kann diese Toiletten nicht töten Und ich bin selber wirklich am Arsch Ich kann nicht mehr Das war's Freunde, es war's Und es ist mir wirklich auch egal Es ist so schlecht, dass ich nicht mehr kann Ich kann einfach nicht mehr Ich dreh durch Ich dreh durch Ich dreh durch Ich kann es nicht hören Und dieses Brr So eine Armee, die hinter mir herläuft Ich brauche kurz Entspannung Kurz Lasst mich kurz in Ruhe Lasst mich kurz in Ruhe Ich will hier hoch Kurz allein sein Lasst mich kurz allein, bitte Bitte, lasst mich kurz allein, bitte Bitte, lasst mich kurz alleine, bitte Lasst mich einfach kurz allein, bitte Ich Da kommt die ganze Armee Gedribbelt Oh Gott, Leute Die hören nicht auf Kann ich die Munition Dings Waffe wechseln Hier runter vielleicht Ich hatte gerade Hoffnung Nee Was ist, wenn ich hier oben bin Entspannt Hier können die wir nichts, oder? Kann ich jetzt irgendwie Die Munition Die Waffe wechseln Kann man das? Was passiert hier? Es kommt noch mehr Was passiert hier? Bin ich jetzt der DJ, man? Tötet mich Ich bin weg Freunde, das ist mir zu viel Es ist mir egal Ich sag gar nichts mehr Ich will WG Okay